Freunde, der 27. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023-2024 steht vor der Tür und natürlich gibt es jetzt dazu meine Prognose. Lasst vorab gerne schon mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr neu hier seid und Prognosen wie diese, aber auch Fußball-Talks im Allgemeinen mögt, dann gebt euch einen Kick und lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. So, zunächst wie immer der Blick auf unsere Kick-Tipp-Runde. Auf Platz 1 weiterhin Tork-Ferlich mit 334 Punkten, dichter hinter Julian mit 332 Punkten, Jakku auf der 3 mit 331 Punkten, vierter ist Yoma Asi mit 330 und mit 21 Punkten warst du Tagessieger, Jere auf der 5 mit 327 Punkten. So und jetzt kommen wir zum aktuellen Spieltag und fangen mal mit Leipzig gegen Mainz an. Ja, Leipzig hat hier die riesen Chance, ein bisschen Druck auf Borussia Dortmund aufzubauen, sogar sehr großen Druck auf Borussia Dortmund zu bauen. Mit einem Sieg am Samstag Nachmittag könnte man zumindest für die nächsten Stunden an den BVB vorbeiziehen und da Dortmund in München spielt, wird es auch schwer für den BVB dann den vierten Platz zurück zu erobern. Von daher wird es für Leipzig in jedem Fall mal wichtig, hier die drei Punkte einzufahren. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, dann ist es auch eine ziemlich eindeutige Angelegenheit, könnte man meinen. Leipzig momentan fünfter, Mainz sechzehnter, bietet gerade stark gegen den Abstieg. Die Verhältnisse dürften hier klar geklärt sein, allerdings wenn wir auf die letzten sechs Begegnungen in der Bundesliga schauen, dann hat Mainz nur eine einzige Partie gegen Leipzig zuletzt verloren. Zu vier Siegen und einem Unentschieden. Mainz also ein Gegner, den man hier nicht unbedingt unterschätzen sollte aus Leipziger Sicht, auch wenn die Tabelle momentan so aussieht, als wäre das hier wirklich eine glasklare Sache. Ich meine, in der Hinrunde hatte ja Mainz auch 2 zu 0 gegen Leipzig gewonnen und da hatte zu dem Zeitpunkt auch gar keiner mitgerechnet. Diesmal sind die Vorzeichen so, dass Leipzig, wie schon gesagt, Druck auf den BVB ausüben kann und man wird auch definitiv alles dafür tun, damit rechne ich in jedem Fall. Und Mainz ist mit einem Sieg im Rücken in die Länderspielpause gegangen und konnte auch so ein bisschen Selbstvertrauen und ein positives Erlebnis mitnehmen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich von dem Spiel erwarten soll. Ja, Leipzig an einem guten Tag fegen sie wahrscheinlich Mainz richtig weg. Aber wenn die 05er ähnlich wie in den vergangenen Jahren einen guten Tag gegen Leipzig erwischen, dann kann hier vielleicht auch wieder eine Überraschung passieren. Ausschließen würde ich es auf keinen Fall. Ich habe mich aber dazu entschieden, auf Leipzig zu gehen. Ich gehe aber von einem knappen Ergebnis aus. Ich denke, Leipzig gewinnt mit 2 zu 1. Leverkusen gegen Hoffenheim. Und hier sage ich euch, wie es ist, es fallen mir kaum bis gar keine Argumente ein, um hier irgendwie auf einen Punktverlust gerade vor allem mit dem Publikum für Bayer Leverkusen zu tippen. Die Werkself, das sage ich wahrscheinlich so ziemlich jede Woche, spielt eine unfassbar krasse Saison. Bis hierhin hat man noch kein einziges Spiel verloren. Nur 18 Gegentore kassiert nach 26 Partien. gegen Hoffenheim nach den 2 Siegen. Und wo man dachte, ja, kommt da jetzt vielleicht ein Aufschwung? Auch zuletzt wieder mit 2 Niederlagen. Zuletzt mit dem 0-3 gegen Stuttgart. Und ich wüsste nicht, warum Leverkusen hier Punkte liegen lassen sollte. Ja, es kann natürlich immer alles passieren, brauchen wir nicht drüber reden. Und es sind ja meistens immer die Gegner, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Und Hoffenheim wäre gerade so ein Gegner. Aber ich glaube auch, dass man diesen guten Run einfach auch weiter fortsetzen will. Dass man zu keiner Sekunde nachlassen wird, bevor die Meisterschaft eingetütet ist. Das wäre jetzt zumindest mal meine Einschätzung. Und deswegen stellt sich für mich persönlich hier gerade nur die Frage, wird es eher knapp oder vielleicht doch deutlich? Ich glaube hier tatsächlich an eine eher souveränere Kiste und tippe mal auf ein 3 zu 0. Frankfurt gegen Union Berlin. Ja, hier trifft eine eher heimstarke auf eine eher auswärts schwache Mannschaft. Frankfurt bis dato ja mit nur einer einzigen Niederlage zu Hause. Und Union Berlin auf der anderen Seite mit nur 2 Siegen auswärts. Und dabei auch nur 9 geschossenen Toren in 13 Spielen. Sprich, da rollt jetzt nicht gerade die allgemeine Torgefahr auf einen zu. In der grundsätzlichen Form sehe ich Frankfurt auch vor Union Berlin. Dazu muss ja Frankfurt auch den 6. Platz weiter absichern. Momentan ist man 9 Punkte hinter Platz 5. Ich denke, nach oben braucht man nicht mehr wirklich zu schauen. 5 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Den Vorsprung sollte man auf jeden Fall mal halten. Nicht, dass man da nochmal einen abrutscht. Das muss jetzt das Ziel sein. Union Berlin auf jeden Fall ein schlagbarer gegnerverheimnischem Publikum. Dennoch glaube ich, dass das hier sehr knapp werden kann. Denn Frankfurt hat nun mal mit Schwankungen in der Leistung bzw. auch in den Ergebnissen zu kämpfen. Sodass ich mir hier einen Patzer durchaus vorstellen kann, wenn man das Patzer nennen möchte. Dennoch denke ich, dass die Eintracht das machen wird. Und zwar mit einem 1 zu 0. Gladbach gegen Freiburg. Die Borussia immerhin mit 4 nicht verlorenen Partien in Folge. Und Freiburg zuletzt mit einer zwar Niederlage zu Hause gegen Leverkusen, aber man hat sich richtig gut geschlagen, wie ich finde. Und das war dann definitiv keine schlechte Leistung, wo man sich für Schämen braucht. Für mich ist das hier eine in Gladbach mehr oder weniger 50-50 Angelegenheit. Zu Hause Gladbach auf jeden Fall mal besser als auswärts. Brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Freiburg immer noch eine Mannschaft, die oben mitspielt bzw. noch oben dran ist. Wo aber auch klar ist, dass man jetzt in den nächsten Partien auf jeden Fall Punkte braucht, wenn man denn in der kommenden Saison in irgendeiner Form europäisch dabei sein möchte. Spannend wird halt sein, wie die Mannschaft darauf reagiert, dass jetzt Christian Streich aufhört. Da wurde ja sein Rücktritt zum Ende der Saison bekannt gegeben. Vielleicht löst das ja nochmal etwas Positives in der Mannschaft aus, sodass man dann am Ende der Saison sagen kann, dass sich der Kreis bestmöglich geschlossen hat. Da bin ich wie gesagt in jedem Fall mal gespannt drauf. Für mich, wie gesagt, ist das hier eine ungefähr 50-50 Geschichte. Und aus diesem Grund gehe ich auch von einem Unentschieden aus und tippe auf ein 2 zu 2. Bremen gegen Wolfsburg. Ja, nachdem es bei Werder so aussah, dass es sehr, sehr positiv nach oben geht, ist man jetzt wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Erinnert mich auch ein Stück weit an die vergangene Saison, wo Werder ja auch teilweise richtig gute Ergebnisse abgeliefert hat. Und dann auf einmal hat man auch mal die ein oder andere Niederlagenserie gehabt. So sieht es ja jetzt gerade auch aus. Drei Niederlagen in Serie, vier Spiele in Folge nicht gewonnen. Nicht, dass es Wolfsburg besser gehen würde, denn die Wölfe, die haben schon seit elf Bundesliga-Partien kein einziges Spiel mehr gewonnen. Sechs unentschieden, fünf Niederlagen und eine so lange Negativserie hat Wolfsburg innerhalb einer Saison noch nie gehabt. Aus diesem Grund kam es auch folgerichtig zum Trainerwechsel. Ralf Hasenhüttl hat jetzt übernommen und soll die Mannschaft ja so ein bisschen aus der unteren Tabellenregion rausholen. Ich meine, Wolfsburg wird höchstwahrscheinlich nicht gegen den Abstieg spielen. Dafür sind die Mannschaften, die ganz unten drin stehen, doch nochmal einen Ticken zu schlecht, was die Punktausbeute angeht. Aber eigentlich ist der VfL ja ein Team, welches bei dem Kader, den man zur Verfügung hat und auch bei dem Etat ein Team, welches zwingend um Europa zumindest mal mitspielen sollte. Das wird in der laufenden Saison nur noch sehr unwahrscheinlich gelingen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier einen Trainer-Effekt erleben werden und dass Wolfsburg vielleicht nach einer langen Durststrecke auch mal wieder einen Dreier holt. Dazu war Länderspielpause, Ralf Hasenhüttl hatte also ein bisschen Zeit und deswegen dachte ich mir, tippe ich hier mal auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg für den VfL Wolfsburg. So, kommen wir jetzt zum Topspiel. Ja, Topspiel. Der Pseudoklassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Eine Partie, die in den letzten Jahren immer einen sehr deutlichen Sieger hatte. Oder sagen wir fast immer in Dortmund. Da war es ja ab und zu auch mal knapper, wobei das Hinspiel in der laufenden Saison, das war ja auch ein 4 zu 0 für die Bayern. Und ja, im Grunde fragt man sich hier nur, wie hoch wird der BVB diesmal verlieren? Und wenn ich ehrlich bin, gerade ich, der in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder so ein bisschen Optimismus versprüht hat und gesagt hat, ja, eigentlich ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wo der BVB den Bayern mal wehtun kann, sag euch ganz ehrlich, diesmal sehe selbst ich das nicht. Ja, und welche Argumente habe ich denn auch? Bayern ist gerade wieder gut in Form. Gegen den BVB zeigen die Bayern sowieso, egal aus welcher Phase sie kommen, immer ihr mit Abstand bestes Gesicht. Oder sagen wir gefühlt. Ich glaube, das Einzige, was hier für den BVB so ein bisschen spricht, ist die Tatsache, dass es diesmal nicht so wirklich um Prestige geht. Und der BVB ist aktuell für die Bayern auch nicht der Hauptkonkurrent, sondern Bayer Leverkusen. Das heißt, das Ganze geht hier im Verhältnis zu den vergangenen Jahren vielleicht so ein bisschen unter dem Radar im Verhältnis. Wenn man möchte, kann man vielleicht auch den ein oder anderen kleinen, in Anführungszeichen, Vorteil für den BVB finden, indem man sagt, die Nicht-Nominierungen der deutschen Spieler beim BVB hat für eine größere Trainingsgruppe gesorgt. Da hat man jetzt ein paar mehr Spieler zur Verfügung als sonst. Da bin ich mal gespannt, ob man das in irgendeiner Form ausnutzen konnte. Manuel Neuer wird bei den Bayern fehlen. Harry Kane war zuletzt angeschlagen. Aber ich denke, Kane wird auf jeden Fall dabei sein. Also da rechne ich fest mit. Ich habe jetzt keine Pressekonferenz darüber gesehen, ob da was schon zugesagt wurde. Aber wir kennen es ja, wenn vor einem Spiel gegen Borussia Dortmund die Nachrichten kamen, ah, der und der könnte vielleicht ausfallen, dann hat er am Ende doch gespielt. Und ich denke, das wird hier in jedem Fall auch so kommen. Und selbst wenn, wir erinnern uns, in der Hinrunde hatte der FC Bayern mit unfassbar viel Verletzungspech zu kämpfen, hat eine richtig schlechte Phase gehabt und am Ende hat der BVB trotzdem sehr deutlich verloren. Und sagen wir, wie es ist, es spricht gerade nicht allzu viel für den BVB. Gerade in München ist es ja besonders schwer. Die Bayern sind in einer guten Verfassung, werden auch richtig Bock haben, den BVB wieder einen auf den Deckel zu geben. Da haben die Bayern halt besonders Bock drauf, ist einfach so. Und die einzige Frage, die sich mir hier stellt, ist einfach nur die, wann kommt der Tag, an dem sich die Dortmunder Spieler hier nicht in die Hose machen? Jetzt, wo es zumindest mal um nichts Größeres geht, klar um Platz 4, aber um keinen Titel, vielleicht löst es ja beim BVB so ein bisschen den Druck und kann dann am Ende doch für ein positiveres Erlebnis als sonst sorgen. Aber darauf tippen würde ich nicht, tippen würde ich eher auf ein 4 zu 1 für die Bayern. Ich denke mal, die Münchner werden das hier höchstwahrscheinlich machen. Ich lasse mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überraschen, aber glauben tue ich dann nach den letzten Jahren und vor allem auch letzten Spielen nicht wirklich dran. Aber hey, wer weiß, vielleicht ist das ja genau das, was auch zum Erfolg führt. Ich denke, die wenigsten haben diesmal irgendeine Art von Euphorie auf diese Partie. Die wenigsten glauben ja an irgendetwas für Borussia Dortmund. In den vergangenen Jahren hatte man ja zumindest mal immer, oder schon selbst beim letzten Spiel hatte man ja zumindest wirklich mal immer so kleine Hoffnungen. Ja, da könnte schon was gehen. Diesmal glaubt es, glaube ich, wirklich niemand. Und das könnte vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein. Wer weiß, wir werden es sehen. Augsburg gegen Köln. Der FCA, man mag es kaum glauben, steht aktuell auf dem siebten Platz in der Bundesliga-Tabelle. Sollte Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen, würde dieser Platz für die Qualifikation zur Conference League ausreichen. Und das wäre schon ein ziemlich dicker Erfolg. Und ich bin mal gespannt, ob Augsburg sich weiter da oben halten kann. Zuletzt vier Siege in Folge, das ist auf jeden Fall schon mal der Hammer. Muss man mal so sagen, Köln, da läuft es ja wirklich nicht gut. Da sieht vieles nach Abstieg aus. Ja, die Kölner, der FC, man ist am Kämpfen. Ich finde die Leistung dann auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Aber in der Offensive geht in den meisten Spielen einfach viel zu wenig. Dann hatte man zuletzt ja auch den Mega-Dämpfer gegen RB Leipzig, als man zumindest noch ein 1-1 zur Halbzeit hatte und dann nach der Halbzeit einfach mal 1-5 untergegangen ist. An sich traue ich Köln in Augsburg schon was zu. Wenn man hier wirklich unangenehm auftritt und seine eigenen Chancen nutzt, dann will ich hier nichts ausschließen. Aber Augsburg hat mich in den Wochen vor der Länderspielpause schon in vielen Phasen überzeugt, sodass mir fast nichts anderes übrig bleibt, als hier auf einen Sieg für die Fuggerstädter zu tippen. Und ich gehe da mal auf ein 2-1. Stuttgart gegen Heidenheim. Aufgrund der aktuellen Bilanz kann man ja eigentlich nur von einer, ja, eindeutigen Geschichte, potenziell eindeutigen Geschichte sprechen. Heidenheim hat keins der letzten fünf Auswärtsspiele gewinnen können. Drei unentschieden, zwei Niederlagen. Hey, immerhin drei nicht verloren. Gleichzeitig ist man aber auch seit fünf Bundesligaspielen sieglos, was übrigens neuer Vereins-Negativ-Rekord in der Bundesliga ist. Was unter anderem aber auch damit zusammenhängt, dass Heidenheim gerade das erste Jahr in der Liga spielt. Ja, da muss man noch bedenken, dass der VfB keins der letzten acht Heimspiele verloren hat. Generell gerade eine unfassbare Serie durchzieht. Also ich meine, es gab auch schon Jahre in der Bundesliga, da würde der VfB in der aktuellen Form auch mit dieser Punktausbeute, wahrscheinlich sogar um die Meisterschaften mitspielen. Ich meine, man hat einfach Pech, dass Leverkusen gerade so krass durchzieht. Aber das ist auch nicht das wichtige Thema. Spannender wird halt sein, ob Stuttgart sich tatsächlich für die Champions League qualifizieren kann. Das sieht sehr gut aus. Da hat man immer noch sechs Punkte Vorsprung vor dem BVB, sieben vor RB Leipzig, zumindest vor dem Spieltag. Heidenheim, denen geht es ja auch nicht schlecht. Man hat zehn Punkte Vorsprung vor der Relegation. Also ich würde sogar glatt behaupten, hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerade absolut keine Sorgen haben. Aber wer wird die Partie gewinnen? Und da gehe ich mit Stuttgart. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Heidenheim sehr mutig spielen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Heidenheim den ein oder anderen Treffer erzielen kann. Da wäre mein Tipp einfach mal ein torreiches 3 zu 2 für den VfB. Bochum gegen Darmstadt. Ja, Bochum zuletzt vier Niederlagen in Folge. Darmstadt für mich im Grunde auch schon abgestiegen mit den Fünfpunktenrückstand zu Platz 17 überhaupt. Und sechs sind es ja auf die Relegation. Dazu noch die unfassbar miese Tordifferenz. Man hat auch bereits 65 Gegentore geschluckt. Das ist mit Abstand die schlechteste Defensive der Liga. Dazu ist man auch offensiv nicht gerade eine Macht. Also auch wenn Bochum gerade nicht in einer guten Verfassung ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass Darmstadt hier einen Sieg mitnimmt. Ja, natürlich, wenn nicht jetzt, wann dann, muss man sich auch auf der anderen Seite fragen. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich glaube aktuell gar nicht mehr an Darmstadt. Ich sehe hier im Best Case vielleicht ein Unentschieden. Aber eher glaube ich daran, dass Bochum hier nach vier nicht gewonnenen Partien auch mal wieder einen Dreier einfährt. Und da wäre mein Tipp ein 2 zu 0 für den VfL. So, und an der Stelle gebe ich jetzt natürlich auch wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Wie gehen die einzelnen Partien an diesem Spieltag aus? Schreibt mir da gerne mal eure Tipps und Prognosen in die Kommentare. Ansonsten habe ich euch jetzt wie immer noch meine neuesten Videos in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.